Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Elden Ring Einsteiger Guide. Diesmal geht es um die blinde Dame Hyetta. Ihre Quest hängt by the way stark mit dem berüchtigten Frenzied Flame Ende zusammen, das im deutschen Herr der rasenden Flamme heißt. Zwar könnt ihr dieses trophäenrelevante Finale auch ohne Hyettas Questlinie erreichen, umgekehrt geht das aber nicht. Außerdem taucht Hyetta nur auf, wenn ihr mit Irina auf der Halbinsel der Tränen gesprochen habt. Ihr Request habe ich in einem separaten Video behandelt. Auf Hyetta hingegen trefft ihr das erste Mal, nachdem ihr Schloss Sturmschleier durchquert und den dortigen Boss, Godric, den verpflanzten, bezwungen habt. Von dessen Thromraum aus folgt ihr dem sehr linearen Weg in die hinteren Katakomben der Burg, lasst euch herunterfallen und lauft hinüber zu diesem Item, neben dem ein Geist kniet. Der übergibt uns das leuchtende Ding freundlicherweise, es ist eine Schabriri-Traube. Lecker, aber wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass es sich um einen Augapfel handelt. Folgt dem Weg nach draußen, ihr werdet mit einem tollen Ausblick auf das nächste große Gebiet belohnt, die Seenlandschaft Lyonia, mit der majestätischen Magia Akademie Raya Lucaria ganz da hinten im Nebel. Einen kurzen Schwenk nach links und ihr entdeckt einen Ort der Gnade und direkt daneben die blinde Frau namens Hyetta. Sprecht sie an. Hallo? Ist jemand da? Mein Name ist Hyetta. Und ich späck mich in der Suche der Distante Light. Wenn ich so stolz, dass ich mich so stolz, würde ich mich an, ob Sie eine Schabriri-Grapes in Ihres Prozession ansternieren? Meine Augen hat schon seit dem Anstern, du siehst. Ich kann nicht wissen, welche Richtung ich dann gehen. Aber wenn ich eine dieser Grafen esse, kann ich eine distanten Licht in den Augen meiner Augen fühlen. Es wird mich, meine euren Verwaltung, als Fingermeidin. Oh, vielen Dank an Sie. Jetzt kann ich die distanten Licht einmal mehr fühlen. Sie sind wirklich sehr nett. May die Röder von den Fingern auf Sie sein. Hierta sprach im Plural von Traumen, ihr müsst ihr also noch mehr davon bringen. Einen weiteren dieser ekelhaften Augäpfel findet ihr in den geläuterten Ruinen nördlich von hier, am östlichen Ufer des großen Sees, noch relativ zu Beginn von Leonia. Vorsicht, hier bekommt ihr es mit einigen Soldaten und recht kräftigen Hunden zu tun. Räumt im Lager auf, stellt euch dabei am besten nicht ganz so ungeschickt wie ich hier an und ihr findet die Traube im Keller der Ruine, gut versteckt unter diesem Brettervorbau, den ihr einfach kaputt rollen oder schlagen könnt. Folgt der Treppe nach unten und ihr findet die Traube hinter dieser Tür in einem Raum mit einem ziemlich praktischen Talisman. Hiyetta selbst ist gar nicht weit von hier zu finden, und zwar ein paar Meter westlich in einem weiteren Teil der Ruine, das direkt am Seeufer steht. Reitet also hin und übergibt ihr den ergatterten Fund. Ist jemand da? Würdest du eine Schabiri-Grapes in deinem Haus an mir? Ich bin auf einem Pilgrimus, in search of the distant light. Und wenn ich eine dieser Grapes, kann ich die Licht in den backen meinen Augen. Die dritte Traube erhaltet ihr von Sir Edgar. Entweder, wenn ihr ihn in seinem Schloss Morren ganz im Süden der Halbinsel der Tränen in seiner menschlichen Form tötet, oder aber ihr euch mit seinem roten Geist hier bei der Hütte des Rächers im Westen Leonias anlegt. Nun gilt es erneut Hiyetta aufzuspüren. Das geht am besten vom Ort der Gnade namens Nordhochstraße von Leonia aus, die ihr hier findet, nahe des Aussichtsturms der Hochstraße. Schnappt euch euer Pferd und verfolgt die Straße straight nach Norden bis zum Ende. Am Ende der Straße, da wo die Brücke eingestürzt ist, findet ihr einen Ort der Gnade, den ihr sogleich aktivieren solltet. Und rechts davon steht Hiyetta, froh darüber, dass ihr sie ein weiteres Mal gefunden habt. Diesmal ist es jedoch an der Zeit der blinden Dame zu sagen, was das wirklich für Dinger sind. Und es ist nicht möglich, was das alles zu sehen, was sie sehen können. Hm. Nein. Das ist nicht möglich. Nicht alle diese Menschen. Sie sind... Also, die Geräusche, die ich hörte, waren... Wir sind noch immer in Leonia unterwegs, diesmal ganz im Norden von Raya Lucaria und reiten auf diese Ruine zu. Doch Vorsicht, wenn ihr euch dem Gemäuer nähert, wird euer Pferd Torrent verschwinden. Ein Indiz für eine Invasion. Tatsächlich bekommt ihr es mit einem recht heftigen roten Geist zu tun, der hier auf euch lauert und mir hier auch schon reichlich doof gekommen ist. Weik nämlich, der eiternde Fingerabdruck. Der Bursch ist unglaublich flink und weiß sehr, sehr gut mit seinem Speer umzugehen. Außerdem beherrscht er fatale Wahnsinnszauber. Seid möglichst so mobil wie er und haltet ausreichend Abstand, wenn er einen dieser Zauber wirkt. Von Wahnsinn befallen zu sein, macht den Elden Ring nämlich überhaupt keinen Spaß. Wenn ihr den eitrigen Fingerabdruck bezwungen habt, erhaltet ihr seine Traube. Ich vermute schwer, dass ihr Hieta damit eh nicht mehr schocken könnt, also suchen wir die Dame ein viertes Mal auf. Und zwar in der Kirche von Bellum, die ebenfalls im Norden von Leonia liegt und nicht weit westlich von der Ruine zu finden ist, in der wir gerade gekämpft haben. Hier steht Hieta etwas abseits des dortigen Ortes der Gnade. Mal sehen, was sie zu unserem Fund zu sagen hat. Hallo. Ist das du da? Hast du schon gehört von Fingerprint Grapes? Sie sind spezielle Grapes, die nur auf diejenigen, die von den Bernden gehalten wurden. Ich würde wirklich gerne versuchen einen. Die Distante Licht sieht weit entfernt als vorher. Aber ich kann nicht mehr so ein Ding aus den usualen Grapes. Bitte? Kannst du eine Fingerprint Grapes an mir? Kein eine, ich weiß nicht. Ich fühle mich, dass ich mich verrückt. Oh. Oh. Eine Fingerprint Grapes. Tried und true. Was eine Wunderbarkeit. Eine Fingerprint Grapes. Oh. Hieta werdet ihr nun eine ganze Weile nicht mehr wieder treffen. Ihr findet sie erst wieder in der königlichen Hauptstadt. Genauer im Reservat der Scham unter der Hauptstadt, wenn ihr den dortigen Boss Morg das Mal bezwungen habt. In seinem Reich, der Kathedrale der Verlorenen, könnt ihr direkt hinter dem Ort der Gnade auf diesen Altar schlagen und so einen Geheimgang offenbaren. Ziemlich gut versteckt, wie ich finde, auch wenn es stark an Dark Souls 3 und den Eingang in die Kartuskatakomben erinnert. Erkundet die Gruft, sammelt vereinzelte Items sowie Crafting Materialien ein, bis ihr an diese Stelle hier kommt, von der ihr euch höchst vorsichtig, Sarg für Sarg, Sprung für Sprung nach unten arbeiten müsst. Ein enorm frustrierender Abstieg, das kann ich euch sagen. Gesäumt von vielen potenziellen Abstürzen, wenn ihr auch nur einen Hauch zu knapp oder zu weit hüpft. Nehmt euch Zeit. Schaut euch immer gut um und folgt mir hier auf dem direkten Weg nach unten, der ungeschnitten zeigt, welche guten Sprungpositionen zur nächsten führen. Schaut euch nicht um und folgt mir hier auf dem Weg nach unten. Schaut euch nicht um und folgt mir hier auf dem Weg nach unten. Unten angekommen gibt es glücklicherweise einen Ort der Gnade und weitere Geheimnisse. So findet ihr an einer Seite des Raumes eine Illusory Wall mit einer Schatzkiste dahinter. Ein Runenbogen ist schon kein ganz schlechter Fund, doch damit nicht genug. Denn direkt dahinter geht es gleich durch die nächste gefakte Wand und in einen Teil des Untergrunds, den ihr vielleicht schon von einer anderen Seite aus erreicht und gefunden habt. Die Tiefen des Tiefwurts nämlich. Mit dem Unterschied, dass ihr hier auf den vereinzelten Wurzeln noch so das eine oder andere Item aufsammeln könnt, das ihr nur hierüber erreicht. Doch Vorsicht, auch hier drohen peinliche Abstürze. Zurück am eigentlichen Ort der Gnade, ganz unten in der Sarggrube, findet ihr am Ende dieses Ganges eine höchst ominöse Tür und rechts davon die gute alte Hietta. Sprecht sie ein weiteres Mal an. So you're here as well, are you? I realized as we've talked. I'll be a maiden. And you? Surely a lord. Go to the door ahead. After divesting yourself of your possessions. It will surely open. And the three fingers will welcome you. May the flame of chaos find purchase within you. Go to the door ahead. It will surely... Vorsicht, wenn ihr jetzt weitermacht, aktiviert ihr das Frenzied Flame Ende und versperrt damit jedes der fünf anderen Enden. Auch über diesen Durchgang hinaus und ins nächste New Game hinein. Um das Flammenmal an diesem Charakter wieder loszuwerden, müsst ihr Melisens recht komplexe Questlinie verfolgen. Ein Video dazu wird es ebenfalls hier auf dem Kanal geben. Um jedenfalls diese große Tür zu öffnen, bedarf es die Lösung eines kleinen Rätsels, für das euch Hietta eben einen Hinweis gegeben hat. Bedeutet unterm Strich, legt alles an Waffen und Klamotten ab und ihr erhaltet in schicker Unterbuchse die Option, sie sei im Öffnen nicht zu spielen. Es folgt eine eindrückliche Zwischensequenz. Und das war das. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie erwähnt, Jetzt werdet ihr dieses Brandmalen nur los, wenn ihr Millicents Questlinie verfolgt. Unser Ziel hier ist jedoch, wie könnte es anders sein, erstmal wieder Hietta und ihre Reaktion auf unser Branding. Oh, it burns. My eyes, my eyes, they're melting. My eyes, my eyes, my eyes, my eyes, my eyes, my eyes... Allow me to divine them. All that there is came from the One Great. Then came fractures, and births, and souls. But the Greater Will made a mistake. Torment, despair, affliction, every sin, every curse, every one born of the mistake. And so, what was borrowed, must be returned, melted all away with the yellow chaos flame, until all is one again. Those who gave me grapes, howled without words, saying they wished they were never born, they come their lord, take their torment, despair, their affliction, every sin, every curse, and melt it all away. Sie, as the Lord of Chaos, no more fractures, no more birth. Hietas Questlinie ist damit abgeschlossen. Sie hat ihren Frieden gefunden, zerfällt sanft und leise zur Asche und hinterlässt euch zwei Items, nämlich das Siegel der rasenden Flamme für Anrufungen und Pyromantien, sowie einen rasenden Flammenstein, ein höchst seltenes Crafting-Material. Wer jetzt noch sehen möchte, wie die Endsequenz des Herrn der rasenden Flamme aussieht, die ihr mit dem Öffnen der Tür aktiviert habt, bleibt nun dran. Alle anderen, die sich diesen Spoiler nicht antun möchten, sollten nun besser abschalten. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.